Mit der EXO Pro 3 Viertelteit von Salomon haben wir eine High-Performance-Laufhose in unserem Sortiment. Um eine vorzeitige Ermüdung zu verhindern, verwendet Salomon bei der Hose das muskelunterstützende EXO-Material. Ebenso bietet es ein hohes Maß an Atmungsaktivität, so bleibst du leistungsfähig und überhitzt nicht. Im breiten Hüftbund ist Silikon eingearbeitet, wodurch du beim Laufen einen sicheren Sitz erhältst. In dieser Kombination verschaffen dir die eingesetzten Technologien eine hervorragende Passform. Dadurch wirst du bei all deinen Bewegungen hervorragend unterstützt. Auffällig sind die Einsätze in den Kniekehlen. Sie dienen der Stabilität und erhöhen die Passform in diesem sensiblen Bereich. Die zwei Einschubtaschen auf der Rückseite geben dir genügend Platz für Gels und Riegel. In der Tasche mit Reißverschluss können Schlüssel und Geld sicher aufbewahrt werden. So hast du immer alles griffbereit, was du brauchst. Energieeffizientes Laufen und schnelle Regeneration, das verspricht die Salomon EXO-Pro Dreiviertelteit. Du erhältst sie mit den Shirts und Jacken der Kollektion in deiner Runnerspoint-Filiale oder bestelle sie direkt hier bei uns im Online-Shop unter www.runnerspoint.com.